Willkommen bei Uvimo Design. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Fußgelenkband aus Leder selber machen können. Ganz im Sinne des Upcycling haben wir einen Haufen alter Klamotten und Accessoires genommen und uns überlegt, was tolles Neues wir daraus herstellen können. Für dieses Video benutzen wir die schwarze Lederjacke, die Sie hier sehen. Sie brauchen also eine alte Lederjacke, die Sie zerschneiden können, dann ein Lineal, ein Maßband, eine Schere, einen Stift, Klettverschluss und die Sandalen oder Schuhe. Dann haben wir auch noch ein paar Plastikpärchen oder Glaspärchen dazugelegt zum Verzieren der Fransen. Und als erstes brauchen wir natürlich die Fransen. Das heißt, unsere Lederjacke hatte schon Fransen. Nun stellen wir eben sicher, dass alle gleich lang sind. Das heißt, wir zeichnen an und schneiden dann alle der gleichen Länge nach ab. Falls Ihre Lederjacke noch keine Fransen hat, müssen Sie natürlich als allererstes die Fransen hineinschneiden. Und Sie können dabei natürlich dann auch bestimmen, wie dick die Fransen werden und wie lang sie werden. Und jetzt schneiden wir alle der gleichen Länge nach ab. Falls Sie die Lederfransen länger haben möchten oder kürzer, das ist Ihnen ganz selber überlassen. Sie können die auch gerne länger lassen. Wir haben uns eben diese Länge herausgesucht, sodass sie nicht auf dem Boden hängen, wenn wir es um das Fußgelenk dann binden. Und so schneiden wir das jetzt einfach ungefähr eben der gleichen Länge nach ab. Und wenn wir das jetzt abgeschnitten haben, waren uns die Fransen noch nicht dünn genug. Das heißt, da haben wir jeden Lederfransen noch einmal der Mitte nach aufgeschnitten, bis nach oben hin. Und das bitte für alle Fransen dann machen, je nachdem, wie dick sie die eben haben möchten. So, fertig und jetzt oben einmal anzeichnen mit dem Stift, ungefähr einen Zentimeter oben Platz lassen und dann einfach abschneiden. Und das müsste jetzt genug sein, dass es um beide Fußgelenke passt. Einfach mal abmessen, wie breit Sie das eben haben möchten dann. So, jetzt müssen wir den Klettverschluss zurechtschneiden. Auf der einen Seite dann und dann auf der anderen Seite. Einfach zwei kleine Stückchen. So, das kommt dann auf die eine Seite hin und das andere auf die andere Seite und zwar auf die Innenseite, sodass es nachher einfach befestigt werden kann. Wir haben uns entschieden, es festzunähen. Sie können es allerdings auch gerne kleben oder mit der Hand nähen, falls Sie keine Nähmaschine haben. Und das muss natürlich jetzt auf jeder Seite passieren. In beiden Fußgelenkbändern. Und fertig. So können Sie es dann anziehen und einmal haben wir es auch mit Pärchen verziert. Vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Upcycling-Ideen gehen Sie bitte zu ovimodesign.com